Hallo ihr Lieben, ich bin's wieder, euer Halid aus dem Lifeline Team. Und zwar habe ich euch heute mal etwas anderes mitgebracht. Dafür braucht ihr etwas Equipment. Entweder so ein Band, oder wenn ihr natürlich mehrere habt, könnt ihr auch mehrere mit dazu nehmen, um die Intensitäten etwas zu steigern. Teraband würde auch gehen, könnt ihr die auch, vielleicht hat der ein oder andere Teraband noch zu Hause. Ansonsten können natürlich einige Übungen davon, einige, nicht alle, auch gerne mit eurem eigenen Körpergewicht machen. Ihr habt euch schon vorher warm gemacht, mit einigen unserer Videos vorher schon. Entweder mit dem Song-Workout oder mit eines der anderen Videos, die wir im Programm haben. Und jetzt könnt ihr direkt dann quasi mit diesem Programm loslegen. Es gibt eine Variation als nächstes von der Liegestütze, es gibt eine Variation für die Damen, es gibt auch eine Variation für die Männer. Ich werde beide erstmal hintereinander mitmachen. Wichtig für euch ist, dass wir ein Programm A bis C, D und so weiter durchziehen werden. Und das ganze Programm quasi von vorne immer wieder anfangen, sodass wir insgesamt drei Runden haben von dem Ganzen. Okay? So, wir fangen an mit den Liegestützen. Und dafür nehmt ihr euer Band zur Hand und dreht das Ganze einmal um 180 Grad, sodass ihr in der Mitte so ein Kreuz habt. Das platziert ihr dann hinter eurem Rücken. Ich fange erstmal mit dem Männer-Variata an. Mal 15 Wiederholungen. Rücken dabei schön gerade halten, Kopf in der Verlängerung. Ellenbogen schön eindrehen und wir gehen runter. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Spann die Arme an und die Brustanspannung. Die sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Eins, drei, vierzehn, vierzehn, fünfzehn. So. Ihr werdet merken, das ist eine sehr anstrengende Variante. Für die Damen habe ich noch eine kleine andere Variation davon. Das Ganze wieder hinterm Rücken. Im Prinzip genau dasselbe, nur dass ihr die Knie jetzt ablegen dürft. Speziell die Damen. Die Männer machen natürlich die normale Variante, ja? Aus der Ausgangsposition heraus. Knie ablegen. Becken bitte nicht zu weit nach hinten nehmen, sondern wirklich schön gerade. Mit Oberkörper in einer Linie. Und wir gehen langsam runter. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Zwei, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Jetzt wird es anstrengend. Dreizehn. Vierzehn. Und die fünfzehn. Sehr gut. So, das war die erste Übungsvariante. Als nächstes haben wir in unserem Programm die Butterfly Reverse. Dafür nehmt ihr wieder euer Band zur Hand. Ihr könnt es auch gerne in der Variation einfach nur fassen. Versucht nur vorher etwas Spannung reinzubringen, sodass das Ganze nicht komplett schlafft funktioniert. Und zwar müsst ihr euch mal, nehme ich mal gerade seitlich hin, Schulter zurück, Rücken gerade. Folgt euch leicht nach vorne. Po, Becken, nach hinten variieren. Jetzt die Hände auseinanderziehen, sodass ihr eine Spannung merkt. Ja? In dem Band drin. Jetzt versucht ihr diesen Band hier auseinanderzuziehen. Nicht zu euch, sondern wirklich auseinanderzuziehen. Mehr nicht. Es muss keine große Rotationsmöglichkeit sein, sondern wirklich einen kleinen Bewegungsradius. Einfach nur auseinanderziehen, soweit es geht. 15 Wiederholungen. Drei, zwei, eins, go. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Die Ellenbogen bleiben immer leicht gebeugt. Elf. Weiter. Zwölf. Dreizehn. Vierzehn. Fünfzehn. Sehr schön. Das war unsere zweite Übung. Jetzt sind die Arme ja schon ein bisschen warm von der ganzen Übung. Wir wollen aber noch mal etwas spezieller auf die Arme eingehen. Allerdings machen wir die Curls. Dafür nehme ich jetzt etwas stärkere Variationen. Und eine ganze Lische Stürz. Die schwarzen, die sind etwas dicker. Und in dem Fall auch etwas stärker. Okay? So. Ihr platziert ein Band unter dem Fuß. Nur auf einer Seite. Dreht das Ganze nach oben. Ihr merkt, ich habe jetzt hier schon Spannung drin. Geht in einen leichten Ausfahrtschritt. Ellenbogen eindrehen. Die bleiben auch leicht gebeugt. Wir ziehen hoch. Bis ungefähr Brusthöhe. Und dann wieder langsam nach unten. Okay? Gemeinsam. Auf geht's. Fünfzehn Stück. Und wir ziehen hoch. Eins. Schön mit Spannung und langsam. Zwei. Spann die Arme an. Atme nicht vergessen. Drei. Vier. Und fünf. Sechs. Spann die Arme an. Sieben. Acht. Neun. Wir kämpfen weiter. Geht nicht auf. Weiter. Zehn. Spann die Arme an. Elf. Zwölf. Immer weiter. Immer härter. Komm schon. Dreizehn. Vierzehn. Und die fünfzehn. Schön langsam. So, ihr Lieben. Auch hier wieder. Speziell für die Männer. Wenn ihr merkt, das war ein bisschen zu lasch. Könnt ihr in der zweiten Runde gerne eine etwas härtere Variante davon nehmen von den Männern. Und dann nochmal ein bisschen mehr in den Bizeps reingehen. Okay? Als nächstes haben wir das Kreuzheben. Da bleibe ich gerne bei den Schwarzen. Da stellt ihr euch beidseitig mit dem Fuß in die Schlaufen hier rein. Irgendwie allerweise bis zum Fußballen. Greif mit beiden Händen hier rein. Rücken gerade. Schulter zurück. Und gehen langsam runter. Und gehen wieder hoch. Eins. Zwei. Schön langsam. Keine hektischen Bewegungen. Drei. Vier. An der höchsten Stelle immer die Vorwand zusammenkneifen. Fünf. Fließende Bewegung. Sechs. Sieben. Immer weiter. Kämpfe. Nicht mit den Armen nachziehen. Neun. Zehn. Elf. Wir nähern uns. Zwölf. Dreizehn. Die letzten zwei noch. Vierzehn. Und die fünftzehn. Sehr stark. So ihr Lieben. Eine Liebung habe ich noch für euch, bevor wir das Ganze quasi vom Vorne anfangen würden. Und zwar das Rudern. Und zwar sitzen. Ich bleibe wieder bei dem Schwarzen. Jetzt haben wir einen längeren Weg. Setzen wir uns schön gerade hin. Wir platzieren wieder unsere Bänder in doppelter Weise hinter die Füße. Also unter die Füße. Wir greifen hier jetzt rechts und links jeweils rein. Gucken, dass wir das möglichst mittig haben, das Ganze. Und stellen uns jetzt erstmal gerade hin. Mehr nicht. Bloß raus. Schuhe da zurück. Rücken gerade. Nacken bitte nach unten ziehen. Und wir rudern. Bis die Oberarme, bitte schon im Oberkörperbereich sind. Ja. Bis hier hin. Gemeinsam. 15 Stück. Und eins. Die Arme, die rotieren immer so ein bisschen. Zwei. Hier zeigen die nach oben die Fäuste. Wenn ich ziehe, drehe ich sie ein. Drei. Vier. Die Füße sind natürlich gestreckt. Und die Knie auch. Fünf. Sechs. Wichtig ist auch hier wieder langsame Ausführungen. Sieben. Nicht zu schnell. Nicht zu hastig. Acht. Ein starker Rücken. Ganz wichtig. Neun. Zehn. Stärkere Rückenmuskulatur im Brustwirbelbereich. Elf. Zwölf. Dreizehn. Vierzehn. Die letzte Wiederholung. Und 15. Sehr stark. Okay. So, ihr Lieben. Also, das war unser Bänder-Workout für heute. Ihr würdet quasi das Ganze, was wir jetzt gemacht haben, nochmal von vorne machen. Und in Summe drei Runden machen. Ihr würdet auch merken, dass ihr dann wirklich hinten raus etwas anstrengender benötigt. Das Ganze. Es wird sehr anstrengend. Speziell mit den Bändern. Wenn ihr sowas habt, nutzt es zu Hause. Man kann sehr geile Workouts damit machen. Ich danke euch. Und jetzt nochmal hinten dran nochmal einen Bauch-Workout reinknallen. Und dann seid ihr für heute fertig. Ich danke euch. Ich danke euch.